Das Standardkotent kostet 249, er hat auch diese Kunststoffteile hier, das Reißbalkon, die sind propust und ich habe die jetzt ungefähr fünf Jahre nach der ersten Teile. Das ist ein Volt-Akku, 5200 mAh, es gibt auch kleinere, größere, aber die steu ich jetzt in eine halbe Stunde, wenn wir jetzt nicht drinnen wieder ratschen, aber das hält man ja nicht an. Wenn wir jetzt Gas basieren, dann soll das umfällt, dort noch ein bisschen Gas nügegen. Cool. Wenn die hier rummehr will, dann muss ich bremsen, dann fällt das wieder runter. Das ist unglaublich. Wie lange mit einer Akkuladung, wie lange fährst du damit? Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde hier draußen, gut, ich habe auch viele Erklärerungen für 20 Minuten, wenn man da in Vollgas fährt, dann geht das schneller. Ja, das ist eine halbe Stunde. Ja, da muss man die Hose runterfahren. Ich bin jetzt gebraten, dann kann man das nicht drinnen. Ja, damit man es auch nicht. Sehr gut. Ja, da muss ich sagen. Ja, das geht schon schneller auch. Das geht viel längst. Ja, das geht viel längst. Das geht sonst mehr. Ja, da muss ich sagen. Ja, das geht schon schneller auch. Ah, jetzt ist der Akko leer, ich trinke. Akko leer. Ja, sonst haben wir es geschafft. Cool, danke. Ja, bitte.